«Mein unbekannte Amerika» wird präsentiert von Swiss. Für Abenteuer, die erst nach dem Flug anfangen. Mein Name ist Arthur Honegger. Acht Jahre lang waren die USA mein Zuhause. Als Korrespondent bin ich in dieser Zeit ganz schön rumgekommen. 47 von 50 Bundesstaaten habe ich besucht. Und auch heute noch beschäftigt mich dieses grosse, verrückte Land praktisch nonstop bei meiner Fernseharbeit. In dieser Serie will ich nun mein unbekanntes Amerika entdecken. Abseits der grossen Politik. Neue Staaten, neue Menschen, neue Erfahrungen. This is my paradise. Auf den Postkarten sieht Hawaii dann jeweils anders aus, oder? Immerhin klingt es nach Hawaii. Aber so ein bisschen Regen hält meine Produzentin Lisa, Kameramann Sergio und mich nicht auf. Meine erste Surf-Lektion steht an. Aber Wetterglück kommt auch noch. Dort hinten ist blau. Und surfen, das hat mich schon immer fasziniert. Hey, aber das ist doch schon die Sonne. Schau dir das an. Alles blauer Himmel. Wellenreiten, das gehört zu Hawaii wie die Schmalttolle zu Elvis. Das Lebensgefühl auf diesen Inseln ist nirgends so unmittelbar spürbar wie auf dem Surfbrett. Das will ich erleben. Stefan, der uns hier unterstützt, lebt seit 10 Jahren auf Maui. Er kennt sich aus, auch in Sachen Gastfreundschaft. Sieht gut aus. Guten Morgen. Guten Morgen. Bist du Dustin? Dustin. Ich bin Arthur. Schön, dich kennenzulernen. Du wirst heute Spaß haben, das wird großartig. Ich hoffe, ja. Okay. Ich bin schon etwas nervös. Es ist so viel Wasser. Und ich als Bergmensch und der Ozean, der macht mir Angst, aber okay. Ich werde dir helfen, du bist in guten Händen. Wasser ist wirklich nicht mein Element. Aber das den Tester vertraue ich. Sie war die erste Frau, die auf Maui eine Surfschule gegründet hat. Die wirft so schnell nichts um. Du bist aus der Schweiz. Kannst du Snowboarden, Skifahren? Snowboarding und Skateboarding sind ein wichtiger Teil meines Lebens. Da komme ich her. Auf dem Snowboard bin ich quasi gross geworden. Das ist super. Weil Snowboarden, Wakeboarden, Skaten, das geht alles aufs Surfen zurück. Das wird ein Kinderspiel für dich. Wenn ich dann mal stehe vielleicht. Das wird der schwierige Teil. Arbeite mit der Natur. Geh mit, nicht gegen den Flow. Eine gute Lebensregel, oder? Go with the Flow. Also, geh mal auf dein Brett. Zehen zurück. Eine Armlänge Distanz vom Logo. Das ist perfekt. Hast du mal Yoga gemacht? Wir machen Surf-Yoga. Ähm ... Nicht, dass es zählen würde. Mach einen Push-up. Hintern in die Luft. Etwas höher, damit du deinen vorderen Fuss zwischen die Hände kriegst. Etwas weiter nach vorn, wenn du kannst. Setz deinen hinteren Fuss und komm hoch. Gut. Du hast es. Wir sind an Land. Auf in die Wellen. Das Yoga gut für Surfen ist, das muss ich meiner Frau erzählen. Sie ist bei uns der Yoga-Crack. Immerhin, beim Yoga bleibt man trocken. Surfing, das geht nur nass. Und jetzt paddeln. Die Knie beugen. Schau nach vorn. Tja. Anfängerglück. Großartig. Großartig. Das ist großartig. Das ist gut. Ja, sehr gut. Danke, Dustin. Du bist super. Das war Hammer. Du warst gut. Ein einzigartiges Gefühl da draußen. Wie auf Wasser gehen. Und du bist eins mit den Elementen. Alles kommt in einem Moment zusammen. Richtig. Das hilft dir, die Fahrt zu genießen. Ich freue mich auf die nächste Lektion am Freitag. Ich freue mich auf deine Fortschritte. Bevor du es merkst, bist du an der Nordküste mit 20 Fuss hohen Wellen. Ich weiß nicht. Kleine Schritte. Dustin jedenfalls glaubt an mich. Sie gibt mir ein Brett für Fortgeschrittene mit. Okay. Ich hoffe mal, ich komme neben dem Dreh zum Üben, bevor Dustin Ende der Woche sehen will, wie weit ich gekommen bin. Ich bin fast 4000 Kilometer vom Festland entfernt. Mitten im Pazifik. Hawaii ist der 50. US-Bundesstaat. Und für mich der 50. Staat, den ich besuche. Ein Traum wird wahr. Auf Maui, der Trauminsel. Passt perfekt. Auch weil das fast schon eine Pilgerreise für mich ist, auf Hawaii liegen nämlich die Wurzeln der Subkultur, die mein Leben bis heute prägt. Surfen ist die Mutter aller Brettsportarten, inklusive Skateboarding. Und da hat ausgerechnet ein Schweizer sich hier einen Namen gemacht. Juker Hawaii. Juker Hawaii. Juker Hawaii. Einen sehr schweizerischen Namen. 31. Die Schweizer sind da. Juker Hawaii. Mike Juker. Skateboard-Hersteller. Klar muss ich den kennenlernen. Sieht schon mal freundlich aus. Juker Hawaii. We're gonna go with them. These people. Aloha. Gero. You are Arthur. I'm the only friends with my mom. I must say, the junior must go with the mom. All right, mister. Your mom's waiting then. Hi. Well, come up. Schau dir das an. Das ist geil. Sehr cool. Am Anfang war alles leer. Der Boden war drin. Gnadig nahe alles eingerichtet. Wir kamen zu dir, weil wir nach Hawaii gehen. Dann fragte ich, ob es einen Mike Jucker gibt. Ein Schweizer, der einen Skate-Brand hat. Das ist wie, du lebst den Traum. Ja, du lebst den Traum. Fast jeden Tag wieder einmal in den Armen. Ich kann mit guten Gewissen sagen, in 16 Jahren ist kein einziger Tag vergangen, wo ich nicht mindestens einmal gefunden habe. Wow, ich wohne immer noch da. Ich bin noch nie verwacht. Das ist wirklich schon so. Das ist echt sehr schön da. Ich bin eigentlich so ein Brettchen-Bub, seit ich denken kann. Und die sind alle von dir? Nicht alle. Das ist ein Brett von uns. In Zusammenarbeit mit einer Künstlerin aus Deutschland. Ja. Die hat das für uns gemacht. Dann haben wir auch ... Das ist z.B. ein Retro-Bett. Das kannst du sicher auch noch. Ich bin natürlich noch so einer von damals. Und das ist natürlich so ein Retro-Bett. Die Graphics auch. Ja, cool, oder? Aber ursprünglich bist du auf Hawaii gekommen. Warum? Ich meine jetzt, was bringt einen Zürcher hierher, auf Maui? Ich war ein Skateboarder-Snowboarder und habe auch in den 90er Jahren einen Swisscap gefahren und so. Und für mich ist natürlich das Surfen der ultimative Traum gewesen. Ich hatte das Glück, dann auf Reisen gehen zu können. Und bin dann mal zwei Jahre lang am Stück durch die Welt gereist mit zwei Surfbrettern und einem Rucksack. Und bin einfach zu den Surfspots gegangen und habe einfach gesurft. Und gehofft und geschaut, dass ich das so lange wie möglich machen kann. Meine eigene Challenge war eigentlich so, so lange wie möglich nicht zurück in die Schweiz. Und ich hatte natürlich auch das Glück, dass ich in dieser Zeit meine zukünftige Frau kennengelernt habe. Auch einer aus einem regnerischen Ort in den USA. Da haben wir gesagt, wir gehen das auf Maui und das war im Nullzweck. Und die Jobs sind auf der Strasse gelegen. Die Boards, die Maik heute designt, verkauft er nicht primär auf Hawaii. Aber er verkauft sie dank Hawaii. Aus Marketingsicht ist dieser Ort unschlagbar. Wo Hawaii draufsteht, steckt der Aloha-Lifestyle drin. Und das zieht. Ich mag eben so Sachen noch sehen. Das ist z.B. ein Brett, das wir hier local gemacht haben. Und dann sammeln wir hier z.B. auch Geld für die Safe Honolua Coalition. Das ist so eine Umweltorganisation. Ich mache ja eigentlich Business, wo das Wort Hawaii darin steht. Ich ziehe eigentlich einen Nutzen aus dem Wort. Ja, das ist natürlich ein guter Brand. Hawaii ist sehr ein guter Brand. Und aus diesem Grund fühle ich mich auch verpflichtet. Und es ist auch eine Hawaiianische Kultur. You give back where you take from. Also nicht nur das Nehmen, sondern auch das Geben. Absolut. Longboards sind etwas für Leute, die gern einfach so durch die Gegend cruisen. So einen Teil habe ich noch nicht. Zeit also, eins auszuprobieren. Ich gebe dir mal ein wenig Arrange. Das ist eben der Pau-Hana Cruiser. Yeah, Pau-Hana. Und dann habe ich noch zwei, drei andere hier. Und unten im Eingang habe ich auch noch welche. Aber Longboards sind schon dein Ding. Ja. Das musst du mir jetzt eben noch ein wenig beibringen. Weil ich bin ja wirklich mehr so, ich komme vom Puschen und ... Okay. Ein kleiner Brettchen. Alrighty. Alright, eben. Das sind ganz jenste verschiedene Shapes. Verschiedene Shapes. Du kannst jetzt weniger damit herumpushen. Du kannst jetzt weniger damit herumpushen, oder? Du bist ja fast ... Du siehst, ich schaffe schon Kurven heute mal mehr. Wow! Du siehst, was ich meine? Oh! Du hast gesehen, was du meinst. Authentischer geht es ja jetzt nicht mehr, oder? Und du musst einfach die Pumpbewegung machen, und du wirst sehen, es wird automatisch ... Ja, siehst du, jetzt hat er es schon raus. Er hat es schon kopiert. Ciao. Beim Skaten gehört es dazu, sich von den Locals die besten Spots zeigen zu lassen. Produzentin Lisa ist wenig begeistert. Ein Knochenbruch und unser Dreh ist futsch. Aber ein paar Runs, die müssen jetzt einfach sein. Okay. Let's go to the ditch. Boys will be boys. Das ist wie im Film. Ja, das ist geil. Das ist wie im Skate-Film. Das ist wie im Skate-Film. Das ist gut! Oh, oh! Das war jetzt drauf! Etwas geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Zurückgeben an die Gemeinschaft, hat Mike gesagt, das sei hawaiianisch, der Aloha-Spirit. Das Wort begegnet einem hier überall. Es heisst Hallo, Auf Wiedersehen und irgendwie auch alles dazwischen. Aber was bedeutet Aloha wirklich? Wir suchen die Antwort beim traditionellen Volksfest, dem Luau. Stefan, ganz der Einheimische, sorgt dafür, dass mein Outfit stimmt. Das ist ziemlich cool. Du kannst wählen, ob du es tragen willst oder nicht. Hoffentlich stimmt die Grösse. Was meinst du? Sie sind leger. Und das trägt man für ein Luau. Du kannst am Luau damit nicht falsch leben. Wer weiss, vielleicht hilft das Blumenmuster ja dabei, dem Spirit näher zu kommen. One, two, three, tap. Tap. One, two, three, tap. Ganz sicher hilft es, wenn ich ein paar Schritte Hula lerne. Step. Bring your feet a little closer together. Step. Bring your feet a little closer together, so you can pump out your legs. Okay? Step. Step. Lift up. Step. 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 Push. Step. 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 Du hast eben den Uehe-Schwung gemacht. Der Uehe ist echt schwierig. Kawika Frietes ist Zeremonienmeister beim Old Lahainaluao. Das ist eine Kulturshow, die auf Maui als beste ihrer Art gilt. Die Hawaiianer leben ein Leben in Gastfreundschaft. Du wirst das heute Abend erleben. Die Angestellten hier erleben den Aloha-Spirit. Ich denke, bezüglich Gastfreundschaft schlagen wir sogar unsere südpazifischen Cousins. Wirklich? Sie erwähnten den Aloha-Spirit. Davon höre ich oft. Was heisst er für Sie? Was wird damit umschrieben? Für mich heisst Aloha, etwas zu tun, ohne dafür im Gegenzug etwas zu erwarten. Du tust Gutes, du tust das Richtige, Menschen willkommen heissen, sie bewirten, sie als Teil einer Familie betrachten. Und genau das machen wir hier. Aber heutzutage ist Aloha doch auch viel Business, oder? Aloha ist überall. Es ist die Marke für Hawaii. Richtig. Ich möchte jetzt etwas sagen, aber ich kann nicht. Es ist politisch. Doch, doch. Das wird nur in Europa ausgestrahlt. Jemand hat versucht, das Wort Aloha zu potentieren. Das kam nicht gut an bei den Wächtern unserer Kultur. Es muss für alle zugänglich bleiben. Genau. Der Abend rückt näher und damit Showtime in Lahaina. Das war's. Das war's. Mitai, Sir? Oh, ja, sure. Ja, go ahead. Ja, go ahead. Let's get you a le. Oh, thank you. Aloha, welcome. Das ist totally Hawaii. Right this way, Sir. 500 Gäste, Abend für Abend. Praktisch immer ausverkauft. Ich sag ja, Aloha zieht. Um die 3 Mio. Touristen besuchen Maui pro Jahr. Das sind 20-mal mehr Menschen als ihr Leben. Das kulinarische Highlight wird gross inszeniert. Es gibt Schwein aus dem Erdofen. Der Holzgeruch geht ins Fleisch. Das gibt einen richtig guten Geschmack. Alle warten, bis das tote Tier als erdreich geschläft wird. Dabei esse ich gar kein Fleisch. Kennst du das? Wir machen das in Houston-Under-Und, Mann. Na ja, in Houston? 1, 2, 3. Schwein wird heute Abend der Hauptgang für Hunderte sein. Nicht für mich. Ich esse Fisch. Alte hawaiianische Bräuche hin oder her. Dass wir hier in den USA sind, zeigt sich am perfekten Showbiz. Und am selbstverständlichen Smalltalk. Dieses Bier wird auf Hawaii gebraut, oder? Ja, speziell für den Lahaina Luau. Weisst du, was witzig ist? In Deutschland gibt es ein altes Lied mit dem Titel Es gibt kein Bier auf Hawaii. Es gibt echt Leute, die glauben, es gäbe kein Bier auf Hawaii. Das ist verrückt. Wir haben eine eigene Brauerei hier. Und nur vom Kohlach geht der Kost nicht weg. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Wir sehen uns gegen Deutschland mit assassinet. Am nächsten Morgen wage ich mich mal allein aufs Brett. Jeder Versuch zählt. Die Bedingungen sind aber nicht eben ideal. Es ist windig, richtige Wellen aber gibt es kaum. Und Wasser mag ich immer noch nicht, auch wenn es 27 Grad warm ist. So ganz allein, ich Alpenmann im Ozean, ohne Ahnung von der Brandung, da wird nichts draus. Ich kann es nicht lesen, ich sehe nicht, welche Wellen groß sind, wo sie brechen und so weiter. Die Erfahrung fehlt einfach, da denkst du immer, okay, das können wir sein, aber dann, okay, vielleicht hier, vielleicht dort, boah. Ich meine, bin ich zurückgekommen. Aber das ist ja super. Musik Hawaii, das heisst auf Deutsch Urlaub. Das stimmt zwar nicht, trifft die Sache aber ziemlich genau. Strand, Sonne, Palmen, so zeichnen schon Kinder das Paradies. Und genau wie im Garten Eden wächst hier jede süsse Frucht. Biobauern lieben die fruchtbare Erde hier. Und die hippe Kundschaft sucht die Natürlichkeit, die daraus wächst. Was ist das? Weisse Zapote. Das wächst alles hier? Ja. Gibt es etwas, was nicht hier wächst? Nein, alles. Das hier auch. Das macht 21 Dollar. Das Paradies gehört in des Nicht-Kleinbauern allein. Hawaii ist auch ein Eldorado für Agrochemie-Konzerne. Die lieben die fruchtbare Erde ebenfalls. Auf Maui ist allen voran Monsanto präsent, ein Global-Player im Business mit Gentech-Saatgut und Pestiziden. Und einer der umstrittensten Multis überhaupt. Nach hartnäckigem Nachfragen haben wir einen Termin bekommen. Der Konzern steht stark unter Beschuss. Kurz vor meinem Besuch hat ein kalifornisches Gericht rund 80 Mio. Dollar Schadenersatz gesprochen. Der Grund? Ein Monsanto-Produkt habe beim Kläger Krebs verursacht. Das hier ist es. Private road. Gut bewacht, ha? Ich heisse Kai. Ich bin Arthur. Dan, freut mich. Meinerseits. Sind Sie das erste Mal auf Hawaii? Ja, und es ist der 50. Bundesstaat, den ich besuche. Dan Kleck ist Chef von Monsanto Hawaii. Seit Sommer 2018 gehört die Firma dem Bayer-Konzern aus Leverkusen, der hier, puncto Gentech, ein freundlicheres Umfeld antrifft als in Europa. Ihr könnt da drüben parken, dann treffen wir uns bei den Bänken und reden ein bisschen, bevor wir ins Feld gehen. Okay. Imagine Hawaii. Ich bin ja mal gespannt, wie man bei Monsanto den Geist von Aloha definiert. Wir geben vor der Tour für alle Gäste Sicherheitsinstruktionen. Ja, Sicherheit ist wichtig. Safety is important. Unser grösstes Anliegen auf der Farm ist Sicherheit. Falls irgendetwas passiert, ihr einen Kratzer habt oder sonst irgendetwas, dann sagt uns das bitte. Bleibt in unserer Nähe, wenn wir auf dem Feld sind. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr aus dem Bus steigt. Ich werde an eurer Seite sein, weil es ist sehr steinig da draußen. Ist jemand hier auf Bienen allergisch? Ich glaube nicht. Ich frage, weil ich keine Medikamente dabei habe. Wir werden in ein Feld mit vielen Blumen gehen. Da gibt es manchmal Probleme mit Bienen- und Wespenstichen. Wir nehmen den Bus M21. Wir zeigen euch nicht die ganze Farm, sondern wir konzentrieren uns darauf, was ihr praktisch auf all unseren Farmen sehen würdet. Und das ist eine gute Auswahl ausser. Monsanto testet auf Maui Gentech-Mais. Die Samen werden dann patentiert. Dan führt mich zuerst auf ein Feld, wo Pflanzen gerade wild wuchern. Zur Bodenerholung. Das Klima auf Hawaii erlaubt jedoch drei bis vier Ernten im Jahr. Das spart Zeit. Und Zeit ist Geld, klar. Die hier entwickelten Samen sollen resistent sein gegen Schädlinge und steigende Temperaturen. Es gibt Länder wie die USA, die offener sind bezüglich gentechnisch veränderten Pflanzen. Im Gegensatz zu Europa, das dieser Technik eher skeptisch gegenübersteht. Denken Sie, das wird sich ändern? Ich glaube, es geht um Bildung. Die Wissenschaft verändert sich schneller, als die Leute mithalten können. Leuten, die in der Biologiestunde eingeschlafen sind, ist es schwierig zu erklären, wie Biotechnologie funktioniert. Ja, es ist auch kompliziert. Menschen entscheiden aufgrund ihres Bauchgefühls. Und es ist ihr Recht, zu wählen, was sie essen wollen. Ich finde, es braucht alle. Wir müssen alle mit einbeziehen. Und wenn es Fragen gibt, lasst uns richtig darüber reden. 200 Leute arbeiten auf Maui für Monsanto. Auf ganz Hawaii sind es 600. Ich pass auf, versprochen. Wir stellen euch jetzt dem Team vor. Tim, Michelle. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich mag, wie ihr alle diese Hemden tragt. Richtig hawaiianisch. Aloha kommt von innen. Stimmt. Aber viele denken, dass man bei Monsanto Schutzanzüge trägt. Macht ihr das nicht? Nein. Aber ihr müsst euch hin und wieder schützen, wenn ihr sprayt und so weiter. Es gibt immer Regeln und Vorschriften. Diese Regeln befolgen wir. Die Regel heute ist Hawaii-Shirt. Die Regel heute ist Hawaii-Shirt und gut darin aussehen. Okay. Wir besorgen dir eins. Ich habe schon beim Loao eins getragen. Diese Samen haben die gewünschten Merkmale, zum Beispiel Resistenz gegen eine bestimmte Krankheit. Ihr habt sie also schon so weit entwickelt, wie ihr sie wollt. Ja, wir pflanzen sie dann in diese Saatgefäße. Nach zehn Tagen haben wir das hier. Zehn Tage? Ja. Die wachsen tatsächlich schnell. Und am Schluss sind sie dann so gross? Ja. Und wie lange dauert das? Ungefähr drei Monate. Drei Monate. Wow. Michelle zeigt mir, wie das funktioniert mit der kontrollierten Befruchtung. Ich bin drum im Bio-Unterricht auch manchmal eingeschlafen. Am Morgen nimmst du diesen Beutel und tust es drauf. So funktioniert die Bestäubung. Handbestäubung heisst das. Passiert hier viereinhalb Millionen Mal pro Jahr. Das Überleben der Menschen hängt davon ab, dass jemand gewillt ist, diese Dinge zu tun. Das ist es also, was ihnen ihre Arbeit bedeutet. Das Herz fühlt so. Der Aloha Spirit? Ja, es ist etwas sehr Persönliches. Können wir hier rein? Nein. Die Treibhäuser sind für uns tabu. Stattdessen zeigt uns Tim die Maschine, mit der die Erde für die Setzlinge präpariert wird. Das sieht wie eine Zigarre aus. Eine dicke Erdwurst. Wir entwickeln diesen Samen über mehrere Generationen weiter, sammeln dabei Daten und werten sie dann aus. Stellen Sie sich das hier nicht als ein Experimentierlabor vor, sondern eher als einen Ort der Samenproduktion. Und das Ziel wäre dann, Pestizide verwenden zu können, ohne die Pflanzen zu schädigen. Das ist eines unserer Produkte. Die Konsumenten wollen bessere Produkte, die besser für die Umwelt sind und weniger Zeug brauchen. Und Bauern brauchen Rendite. Es ist schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Weniger Zeug, also weniger Pestizide und so. Weniger von allem. Aber das ist ja gerade die Hauptkritik, dass hier mehr gespritzt wird wegen der häufigen Ernten. Unser Ziel ist, weniger von allem. Weniger von allem? Ausser Profit. Ja, ihr seid ja groß im Herbizidgeschäft. Eine Pflanze zu haben, die gegen ein bestimmtes Herbizid resistent ist, macht Sinn. Dann kann Monsanto beides verkaufen. Es ist kein Geheimnis. Unser Job ist, Geld zu verdienen. Dafür seid ihr bekannt. Alle haben ihre eigenen Bedürfnisse. Es ist herausfordernd. Ich verstehe. Können wir auch aufs Feld? Das ist alles, was wir für euch haben. Das ist die Tour. Okay. Es war uns ein Vergnügen. Naja, so richtig entspannt verlief dieser Besuch nicht. Als Gentech-Gigant muss sich Monsanto ja einiges anhören, rund um die Welt. In Hawaii ist der Widerstand aber auch sehr lokal. Es scheint ihr nicht beliebt zu sein, ha? GMO, also genveränderte Pflanzen, das passt in den Augen vieler Einheimischer so gar nicht zu Aloha. Ich treffe gleich einen Wortführer des Protests, der das Agrochemie-Business auf Maui erschüttert hat. Alika Atai ist Politiker, ehemaliger Biobauer und jemand, der bereit ist, zu kämpfen für das Erbe seiner hawaiianischen Ahnen. Hallo, ich bin Arthur. Schön, Sie kennenzulernen. Hallo. Ich habe ein paar Videos von Ihnen gesehen. Sie sind sehr bekannt. Ich habe mich immer an das Konzept von Aloha Aina gehalten. Aloha Aina bedeutet Liebe zum Land. Früher waren wir für das Überleben abhängig vom Sammeln. Deshalb wussten wir über die Jahreszeiten und den Zyklus der einzelnen Pflanzen genau Bescheid. Wir wussten, jetzt ist Blütezeit, jetzt ist Erntezeit. Und man ging hin und pflückte einfach die Früchte, die es gab. Ja. Auch in Bezug auf das Meer und die Buchten. Wir wussten, woher der Wind und die Wellen kamen. Ich gehöre zu jener Generation. If we do nothing, we, our generation, have failed. Vor vier Jahren spaltete eine Abstimmung die Insel. Eine knappe Mehrheit sagte damals ja zu einem Moratorium für genveränderte Pflanzen. Ein Gericht hob die Entscheidung danach zwar auf, doch der Unmut ist geblieben. Alika will mir einen befreundeten Biobauern vorstellen. Der Weg zu ihm führt vorbei an den Ruinen einer Zuckerfabrik. Keine Chance auf den Weltmarkt. Die Zeiten, als Zucker Gold wert war auf Maui, sind Geschichte. Also, zur Info, hier beginnt die Farm. Und was baust du hier an? Früher war hier auf dem ganzen Land Zuckerrohr. Im Grunde eine Monokultur. Es war eine Monokultur. Während 144 Jahren gab es nur Ananas- und Zuckerrohr auf diesem Boden. Und du versuchst nun, dieses irgendwie missbrauchte Land sinnvoll zu nutzen. Ja, unsere Mission ist es, wieder Leben in den Boden zu bringen. Wenn man in der Erde kein Leben hat, hat man einfach nur Dreck. Bobby Pahir, genannt Uncle Bobby, säht statt Monokulturen lieber Pflanzen mit Kultur. Carlo zum Beispiel, die hawaiianische Urknolle. Das ist Carlo. Und heute gibt es wieder mehr Menschen, die Carlo essen? Immer mehr, aber leider ist Carlo und der sogenannte Poi, den man daraus macht, für die Leute auf Hawaii zu einem Luxusgut geworden. Was mal ein Grundnahrungsmittel war, ist also nun ein Luxusgut. Richtig. Das ist für dich. Wisst ihr, es gibt in der Schweiz diese Tradition, wenn der Reporter etwas bekommt, dann gibt er es direkt an seine Produzentin weiter. Damit kann ich mein Hotelzimmer verschönern. Agrarland ist knapp auf Maui. Statt Gentechprodukte sollten hier einheimische Sorten angebaut werden, findet Uncle Bobby. Die Insel soll sich selbst versorgen können. Heute muss Hawaii, das grüne Paradies, 90% der Lebensmittel importieren. Das sind Schweine, die ich für den Lahaina Luau züchte. Ah, da waren wir gestern. Das sind sie. Wir werden Ihnen jetzt nicht erzählen, wie sie enden. Tolle Party. Ihr werdet sie aber nicht mögen. Wir machen hier eine bestimmte Form von Weidepflege. Wir bringen viele Schweine auf eine kleine Fläche und lassen sie düngen. Dadurch brauche ich keinen künstlichen Dünger mehr. Wir wollen versuchen, überhaupt nichts mehr zuzuführen. Ihr wollt die ursprüngliche Erde zurück. Wie im Wald. Der Wald ist unser Lehrer. Wenn du in den Wald gehst, siehst du keine Monokulturen. Es geht um Werte oder Geld. Will man den kurzfristigen Gewinn, setzt man aufs Geld. Das Land ist dabei unwichtig, weil es geht nur darum, die Ernte zu steigern. Das müssen viele Bauern so machen, oder? Fast die ganze Welt tut das. Wir wollen davon wegkommen. Wenn Alika mich fragt, kann ich ihm direkt in die Augen schauen und sagen, ja, ich mache Aloha-Eina und ich mache Malama-Eina. Wir mussten durch diese Erfahrung mit Chemikalien und Pestiziden durch, die weder gut sind für den Boden, noch gut für die Tiere, noch gut für die Menschen. Ein geschlossener Kreislauf aber kann nur mit Aloha erreicht werden. Liebe. Und mit Eina. Dann haben wir Aloha-Eina. Die Liebe zum Land. Ja. Der Respekt. Das Gewissen auch. Malama heisst Acht geben. Aloha-Eina ist die Liebe zum Land. Und Malama-Eina heisst, sich um das Land kümmern. Malama-Honua dann, sich um Mutter Erde kümmern. Malama-Eina heisst, sich um die Mutter Erde kümmern. Malama heisst, sich um die Mutter Erde kümmern. Malama heisst, sich um die Mutter Erde kümmern. Das Dorf Pahir an der Nordküste zieht mit seinem Surfer-Vibe Aussteiger aus aller Welt an. Ich frage einfach mal drauf los, was Aloha für sie bedeutet. Hey, wie geht's? Hey. Wir drehen einen Dokumentarfilm. Wir kommen aus der Schweiz. Um was geht es im Film? Es geht um den Aloha-Spirit. Wir wollen herausfinden, was Aloha heisst. Liebe ist bedingungslos. Das ist die Bedeutung von Aloha. Übersetzt heisst es den Atem teilen. Wie wenn du also mit jemand anderem gemeinsam atmest. Oder wie durch eine andere Person als Individuum existiert. Also im selben Rhythmus mit den anderen leben. Das ist die wörtliche Übersetzung. Ja, das wusste ich nicht. Es geht um Liebe. Aber worüber ich wirklich sprechen möchte, ist der Kalender der Maier. Darüber lehre ich. Bitte rückt ab vom Kalender des Papstes und kehrt zur natürlichen Zeit zurück. Diese umfasst 13 Monate mit je 28 Tagen. Das ist die natürliche Zeit, wie Gott sie kreiert hat. Das ist meine kurze Botschaft. Ich würde gerne vom Kalender wegkommen, einfach um mehr frei zu haben. Es ist etwas, das in Gefahr ist. In Gefahr? Warum das? Weil es viele Leute gibt, die den Geist der Insel nicht verstehen. Sie kommen und folgen ihren eigenen Interessen. Sie kommen, Immobilienleute, Monsanto, Bayer jetzt. Aloha-Spirit kann verschiedene Bedeutungen haben. Vor allem Pono, das heisst das richtige Ton. Man soll nicht Angst haben, ein Lächeln zu verschenken oder jemanden zu umarmen oder auf der Strasse zu helfen. Pono eben. Die Leute lächeln tatsächlich. Das ist nicht überall so. Das ist schön. Paya ist eine der coolsten Städte der Welt. Alle lächeln, wenn sie hierher kommen. Gut, also viel Pono und Happy Thanksgiving. Aloha. Aloha. It's pretty cool. Gleich bei Paya um die Ecke liegt Hohokipa Beach, der Surfspot auf Maui. Eigentlich Hoheitsgebiet derjenigen, die es wirklich drauf haben. Hey, guys. Hallo. Kommt ihr jeden Tag hierher? Da draussen sind ein paar echte Profis. Unglaublich. Wir haben sie gerade beobachtet. Was macht ihr hier? Wir drehen einen Dokumentarfilm über Maui. Oh nein, worüber? Über Maui. Bringst du die Massen rein? Ich? Nein. Sag ihm, wie teuer es hier ist. Zeig es nicht zu einladend. Okay, nein. Es ist schrecklich hier. Es ist ja nicht so, dass Hawaii an sich schon ein Paradies wäre. Woher kommst du? Aus der Schweiz. Da soll es auch nett sein. Das stimmt. Ich habe Fotos gesehen. Ja, es ist ein Binnenland, also wir können nicht surfen. Aber ihr habt Schnee, stimmt's? Oh ja, tonnenweise. Das ist der Ausgleich. Schnee, das ist mein Element. Die Brandung von Hohokipa ist es nicht. Mit Dustin wage ich mich trotzdem rein. Swiss-Quality-Surfing. Yeah. Ich nenne es mal eine rote Rakete. Cool. Es ist schnell und wendig. Eine gute Mischung zwischen langem und kurzem Brett. Wir suchen einen Teil des Strandes, wo wir den Profis nicht im Weg sind. Ich hoffe mal, die Wellen sind dort dann auch nicht ganz so hoch. Hoffentlich schaffst du es, das Brett zu lenken. Dein Ziel heute ist, die Kontrolle zu behalten und auf den Wellen zu kurven. Du bist jetzt an der Nordküste. Ich würde gerne länger bleiben hier und ... ... und besser werden. Das wollen alle. Nach Hawaii ziehen und surfen lernen. Bereit? Hätte ich nicht gedacht, dass ich hierher komme. Aber mit dir fühle ich mich sicher. So sicher man sich halt fühlen kann, dem wilden Wasser ausgesetzt, da fliehen sogar Profischwimmer. Für mich gibt's jetzt aber nur die Flucht nach vorn. Die Wellen sind zu hoch, um durchzupaddeln. Ich hab drum die Turtle Roll gelernt. Auf den Rücken, Luft anhalten, unten durch. Aber eigentlich will ich ja obendrauf stehen, so wie das denn. Wozu ich erstmal aufstehen müsste. Fast zwei Stunden schlucke ich Wasser und paddle mir die Arme ab. Aber ein paar Sekunden Aloha sind es wert. Super gemacht. Das war harte Arbeit. Das war es. Ein paar hast du gut erwischt. Danke, dass du mich am Leben gehalten hast. Ich habe dich am Leben gehalten. Du hast es allein geschafft. Sogar Schweizer Männer können surfen wie ein Maui-Surfer-Girl. Warum hast du dein Geschäft eigentlich auf Frauen ausgerichtet? Eine Nische für Frauen ist wichtig. Surfen kann ein stark männlich dominierter Sport sein. Es kann sehr einschüchternd sein, wenn du so eine Reihe siehst mit Männern, die sich so voll reinstürzen. Frauen bringen einen anmutigen Aspekt rein. Männer können viel mit ihren Muskeln machen, aber surfen ist voller Anmut. Als eine der ersten Frauen hat Dustin auch die berüchtigste Welle von Hawaii bezwungen. Jaws. Als ich auf dieser Welle war, fühlte ich völliger Ruhe, obwohl es das schrecklichste Ding war, das ich je gesehen habe. Aber ich liebe es, das Adrenalin zu spüren und völlig präsent zu sein. Völlig präsent. Das vereint uns Surfer, Skater, Snowboarder. Der Moment ist alles, was zählt. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr auf Maui. Zum mythischen Städtchen Hana aber müssen wir unbedingt. Das hören wir von allen Seiten. Erreichbar ist es nur über eine Dschungelstrasse. In Hana soll der wahre Geist von Hawaii überlebt haben. Und tatsächlich, ohne es geplant zu haben, finde ich mich an einer Veranstaltung wieder, an der wir die einzigen Nicht-Hawaiianer sind. Es ist der Tag der Makahiki-Spiele. Hi, ich bin Arthur. Wir haben gehört, dass man hierher kommen muss. Makahiki. Was spielt ihr hier? Das ist Mopahe. Man muss zwischen die Stäbe treffen. Tai weiss, wovon er spricht. Er war der Erste, der diese Wettkämpfe gewonnen hat. Die Makahiki-Spiele sind so etwas wie die Olympischen Spiele von Hawaii. Wirklich? Es ist eine grosse Ehre, den Champions-Titel zu erhalten, den Anu-Kor Kie-Kie. Dann kannst du mit herausgestreckter Brust herumgehen. You can walk tall. Yeah. Just like the rock. Right, right. Tai stellt uns den Mann vor, der alles organisiert hat. Und ich merke, die Spiele sind auch ein politisches Statement. Willkommen in unserem Land. Wir feiern heute La Cuocoa, den Unabhängigkeitstag der hawaiianischen Nation. Unser Land wurde 1893 ins Exil getrieben von unseren Freunden, den Amerikanern und ihren Geschäftsinteressen. Arbeitest du morgen? Nein, morgen ist mein 27. Geburtstag. Willkommen in meinem Land, meine ich das Königreich Hawaii. Obwohl viele denken, dass hier Amerika ist, kann das niemand belegen. Geh mal ins Justizministerium. Die können dir nicht sagen, wie sie Hawaii erworben haben. Also, wenn Sie mich fragen, sind Sie heute der König von Hawaii. Mein einziger König ist Jesus Christus. Ich bin nur gewählter Vertreter meines Bezirks. God bless. Same to you. Thank you. Thank you folks. Gibt es da ein Geheimnis, eine bestimmte Technik? Falls du es herausfindest, sagst du es mir. Das war knapp. Du bist Hawaiianerin? Ja. Dann ist das auch Teil deiner Kultur? Ja. Ist es wichtig, an solchen Anlässen seine Erbe zu feiern? Unbedingt. Es ist wie bei allen anderen, die auch ihre Kultur feiern. Also, es ist etwas Eigenes und nicht unbedingt gegen die USA gerichtet. Wir sind nicht gegen irgendwas. Wir sind einfach für Hawaii. Wie kann man nicht für Hawaii sein? Ich weiss, wir haben Strand, gutes Essen. Und ihr habt Aloha. Und wir haben Aloha. Das wird nie ausgehen. Bevor Hawaii 1959 den USA als 50. Staat beitrat, wurden die Inseln als US-Territorium betrachtet. Lokale Sprache und Kultur unterdrückt. Nothing but the grass. Nichts als das Gras berührt. Thank you to buy. Thank you to buy. Danke, du hast mir Glück gebracht. Oh. Oh. Im alten Hawaii gab es eine Zeit für Krieg und eine Zeit für Frieden, erzählt man mir. In Friedenszeiten erfolgte das Kräftemessen an Spielen wie diesen. Oh. 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 You ready? Oh. Oh, oh. Oh, oh. Die Makahiki-Wettkämpfe hier in Hana finden erst zum vierten Mal statt. Bist du immer noch im Spiel? Ja. Und wie sieht's aus? Ich bin immer noch dabei. Es gibt nur einen ersten Champion. Ich werde immer der Erste bleiben. Viel Glück dieses Jahr. Thank you very much. Thanks a lot. Der Tag in Hana hat mir gezeigt, wie wichtig den Hawaiianern ihre Eigenständigkeit ist. Gelebt in Spiel und Spass. Friedenszeiten. Ganz eindeutig. Zum Schluss zieht es mich noch einmal zu den Surfern vom Hallkeeper Beach. Ich finde es halt einfach wahnsinnig faszinierend. Man kann es tausend, man kann es eine Million Mal anschauen. Das hat so eine Leichtigkeit und so eine Grazie mit den Elementen. Davon kriegt man, glaube ich, nie genug ein. Hat das was mit der Lohaspiri zu tun? Wahrscheinlich schon, ja. Also, es geht ja auch darum, dass man ein bisschen loslässt. Dass man nichts erzwingt. Und beim Surfen geht's auch darum, zu warten auf die Welle, die dann richtig ist. Und sich dann ein Stück weit der auch hinzugeben. Oh, i-i-laves, 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 i-i-laves... Mein unbekannte Amerika wurde von Swiss präsentiert. Für Abenteuer, die erst nach dem Flug anfangen. SWISS TXT AG 2